Hallo Leute, willkommen zurück zu Müssef Makers. Ja, äh, Leute, also. Müssef Makers heute wieder und immer noch in diesem verkackten Level mit diesem Ding und bitte lass es ein Krug sein. Wenn wir jetzt ein Krug ist, dann können wir uns heilen und nein, ich will es nicht. Ja, ja. Gut, 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 gut. Das macht das Ganze schon mal ein klitzekleides bisschen besser. So, jetzt muss ich nur noch aufpassen. Ja, du da. Nein, 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 nein. La, 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 ich würde dieses Level-Folging heute ganz gerne mal schaffen, ehrlich gesagt. Habe ich nicht vor, noch länger hier zu verweilen. Okay. Wow, 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 what the? Okay, wow, habt ihr das gesehen, Leute? Komm, da müsst ihr zugehen. Das war echt nicht schlecht von mir, okay. Leute. Okay, und, okay, ausweichen und da. Zum Glück haben wir den Boost, 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 Boost. Okay, warte, heil nicht. Yes, okay. Okay, jetzt können wir wieder ein bisschen unvorsichtiger sein, aber nur ein klitzekleides bisschen, weil so viel ist das genau wieder nicht, was wir jetzt haben und kaum sage ich das, sterbe ich natürlich erst mal, weil ich leben, meine ich. Bin ich gestorben, und la, la. Okay, mehr Leben für uns. Ja, okay, boah, super. Oh, Gott. Das spuckt ihr irgendwie mehr? Das fährt mir jetzt jetzt auf. Warum ist er so aggressiv? Die anderen waren nicht so aggressiv, oder ich habe es einfach zu schnell getötet, als dass es mir das aufgefallen ist, weil... Ich bin nicht so vorsichtig war mir jetzt, okay. Oh, das war's. Sieben hat er tot. Ich habe euch alle gerettet, der kleinste, oder nicht? Shoot, I'm trapped. Äh, ich meine, ähm. Shoot, I'm trapped. So, unregelte Terrain-Mariner. Hehehe, I'm sorry. Terrain's always talking about you. But I don't think you're so cute and smart, as he's always saying you are. What the fuck? Wie wachst du dich? Der du liebt mich, okay. And thank you, miss. You saved my life. He's a small reward, und weh. Irgendwann später, ich seh schon kommen. Jo, hier, rette meine 37 Kinder. By the way, do you happen to know, what Selina kidnapped your kids? Why? Lange, girl, there was a great king named King Aster. The kingdom was destroyed by the emperor, but the king was able to escape to this cave. However, the king's one and only daughter, Ondine, was missing. Okay. So now we are looking for the king and only, who should be the queen. Oh, ein verlorenes Königreich. Da rum geht's all the time. I bet they're not happy about this. If the king returns, the troops will follow him. Ja, genau. At least, let us hope. Batman, we must first destroy Selina. Yep, that's what I'm going to do for, this shit thing that makes me... that makes me laugh. Selina, that's right. Selina is looking for Terran and Celis. Oh my God, you're an ally. Even if his power is not very strong. Okay. Now, while he looks small, Terran has a strong inner power. Oh, that's right. That's right. We all know what he is. Yes, he's blocking... Oh no! Your body is away to you in heaven. And after defeating you, King Aster will be next. So, this is the end? My power is not strong enough. Nein, Terran! Give the light up! Genau. Stop! Terran, that's enough. I hate it when people sell themselves short. So don't you start talking like that! Boss, you and Selina are getting on my last nerve! You and Selina are getting on my last nerve! What the fuck?! Marina is... ...sauber. Stop crying! You must be strong! You're no longer a baby! You're no longer a baby! Genau, Selina! Stay strong, like we are! Oh my God! Oh! And are you such a grown-up, Marina? Is that not the Emperor? Uh... It reminds me a bit of Dr. Eggman. That's the guy from the intro! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Yes! Give it to me! It would seem that the existence of you and your friend is a treat to the Emperor. It's time to pay the piper, Miss Marina Lightyears! And the price is your life! No? What? Will he fight, or what? Nein! Marina! Help me! I help you, Marina! Okay, what now? Ah, okay. Wir haben das Level geschafft. Ein sehr komisches Ende irgendwie. Ich mein, das war so... Boom! Bam! Wir sind tot! Cool. Current Time 0. Und ich muss da später noch mal rein, um den Crystal zu finden. Da freue ich mich ja. Rescue Act 1! Okay! Machen wir dieses Level noch und schauen, wie es weitergeht! Marina! Nein! Marina! Es hilft dir, aber... So, öffne deine Augen! Sie weint! Oh, schau! Ich sollte mehr Kaffrel sein, Marina! Ich bin entschuldige! Es ist kein Selbstkrieg! Help me, Seenens auf der Plan! Du wirst du... ...er...reviewe... Re...reviewe... Ja, genau, mach, komm! Ja, tu bla bla! Ähm... I know, when I was seeking around the April Lab... Da hab ich auch mal wieder Spielen bitte! Ich sah, ob Leif was eine Recovering-Machine, der... ...meißer... ...Mr. Health! Oh, ja! Mr. Health! Ich muss jetzt nicht wirklich mit Terran spielen, oder? Ich komme mit dir! Es ist zu gefährlich, allein zu gehen! Die hören sich bei mir fast alle gleiche an, aber nur fast! Ihr hört vielleicht einen leichen Unterschied! Nein! Es ist leichter, allein zu gehen! Lass es mir, Sari! Please, take... ...good care of Salas! Okay! Okay! Ah, lass es mir spielen! Terran, nicht dich auf mich! Und ich weiß nicht, was ich... ...wenn du... ...wenn du sterben? Nein! Er stirbt dich! Es ist Terran! Nein! Er schreit auch noch weg! Nein! 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 Er schreit auch noch weg! Nein! Er stirbt dich! Es ist Terran! Nein! Er schreit auch noch weg! Er schreit auch noch weg! Okay, und ich muss jetzt... Oh mein fucking Gott! Warum? Oh, oh, oh! Sorry, sorry, sorry! Ja, ja, ja! Terran, du nicht vergessen! Power ist wegen... Blablabla! Oh, Mann! Jetzt muss ich mich als ein Tutorial von denen reinziehen! Was sagst du mir? Nichts, okay, gut! Take care of yourself, ...but before you go, forget to say goodbye! Ja, gut! Also Terran, nicht vergessen, dass deine Power ist wegen und du kannst deine Enemies schreiten! Die einzige Chance wird, zu triple punchen! Destroye Enemies blablabla! Okay, was sagst du mir? I'm jealous, she's not normal! Blablabla! 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 Guard pressing... Ah! Ah, okay! Das ist gut zu wissen! Ah, was war das denn? Das wollte ich gar nicht! So, du sagst mir, dass ich sliden kann! Stimmt's? Okay, Terran, not only you can punch, you can also use the slide! Ja, hab ich grad gemerkt! Waaay! So! Woosh! Okay! Hmm... But... Now the super technique called Final Blow has been developed! Okay! You can destroy flying Enemies by pressing B while you hold up! Okay! Woosh! Ah! Falsches Spiel! Ja, was sagst du mir noch? Hey, Harren! meine Big Brother taught me that you've got to thumbless p… special moves, like a triple jump! When you jump press A, 3 times in full of time, triple jump, okay! Wooah! 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 Cool! Im Brawl, wär das ziemlich im wahr! Sorry about your call, I'm not visible, I'll just get a goal and then it's Friday. Okay, danke! Danke, ich darf eh nicht anfangen! Ach, okay. Okay. Ähm, nein. Das ist gut. Buschka, bam, bum, 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 bum. Guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Richtig in die Fresse rein, so richtig. Bam, mach das, okay. Und da bewegen wir uns da ganz so langsam in der Scheiße. Ich muss nicht springen fort, bewegen, sonst wird er zu langsam für mich. Mit dem Boom, frisst das. Ich kann brennende Kekse erzeugen. Ah, fuck. He's shooting me. Bam, ah, fuck. Hör, nein, was mach ich denn für eine Scheiße? Warte, wo ich's lenken? Hör, hör, nein, was mach ich? Okay, ich muss aber hoch. Hör, 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 so, bam, bum, 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 bum. Irgendwie cool. Nette Abwechslung. Mal wieder zeigt das Spiel erneut, wie es schon so oft. Sein unglaubliches Facettenreichtum und jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Hammer, geil, genial, ultra, voll super und so. Ja, komm hier, bam, das halte ich von dir. Wie ein Gnadewinsel und der auf die Fresse kriegt. Ach so, du greifst mich an. Oh, ah, ah. Hey, warte mal. Du machst mir den Weg frei. Ah, okay, danke. Cool. Echt. Na, komm mit. Ey, du da. Boom, zah, boom. Genau, komm mal mit. Nein. Du, du solltest nicht sterben. Kumpel. Na, egal. Bam. Boom. Guck mal, wir brauchen, wir müssen gar nicht greifen können. Wir haben so eine starke Ultra-Faust oder so ein Ultra-Kick eher gemacht. So, buf, da. Das ist wirklich der Soju-Kön. Oder wie es hieß. Nur halt als Fuß. Angriff von Ken aus Streetfight. Der wisst schon. Wurr. Und da fliegen komische Sachen rum. Wo muss ich denn hin? Okay, nein, ah, fuck. I can't believe you've done this. Okay, I can't believe you've done this. So. Hallalala, ich weiß gar nicht, wo. Wie her lang bist du? Boah, ein Zylindermann. Egal, wir sind stärker. Wir sind Terran. Boom, ist gar nicht. Und ich, boah, als wie ich hier eine Stunde erst mal am Boden liege. Wo bin ich jetzt? Okay, das ist jetzt nur, um mich zu heilen. Habe ich recht? Ja, scheinbar. Okay. Okay. Und du führst mich wohin? Dahin. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Hier sind so viele Teleporter. Der fühlt mich entweder nach oben oder nach unten. Oben. Okay, sehr schön. So, und was muss ich hier machen? Okay, und ich muss wahrscheinlich da unten in den Stern rein, ne? Oder, oder, oder sagt es doch gleich. Ich weiß es doch irgendwie indirekt. Busch. Und ich muss schon wieder gleich mit einem Level abbrechen. Was ist das? Seit gestern, seit der Aufnahme. Kommen hier nur noch Sachen, wo ich abbrechen muss. Ich will da ran. Ich will da ran. Ich komme aber nicht da ran. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Das ist doch alles nur sinnlos. Denn ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das ist nicht cool. Oh, alle Männer. Ich komme da nicht mehr mal hoch. Mann. Da, du da. Bike. Und auf diesem Bike verabschieden wir uns jetzt. Mal wieder. Mit einem Level. Okay, Leute. Wir sehen uns morgen. See you. See you. See you. See you. See you.